Hallo ihr Lieben, heute geht es um die digitale Einkaufsliste vom Rose Fröhlich Ernährungsmaß. Ich wurde in der letzten Beratungsstunde in der Praxis gefragt, wie man sich eine Einkaufsliste erstellen kann. Und da das nicht immer nur auf Papier, sondern vielleicht auch digital sein soll, zeige ich euch einfach mal, wie es geht. Ihr müsst also in Notizen gehen und in diesem Falle haben wir jetzt hier ein iPhone genutzt. Von daher, je nachdem, was ihr an Handys habt, werdet ihr eventuell ein bisschen schauen müssen. Das ist dann nicht ganz so angeordnet, wie es bei mir ist. Dort habt ihr, wenn ihr in Notizen geht, könnt ihr eine Überschrift vergeben, Einkaufsliste. Dann könnt ihr, wenn ihr unten links auf diese drei Punkte oder zwei Punkte mit dem Strich geht, habt ihr die Punkte, könnt dahinter eure Lebensmittel eingeben. Ich habe jetzt hier mal so ein paar Beispiele gemacht, habe dann noch Emojis hintergesetzt. Ich bin ja so ein Bildermensch. Man kann natürlich auch zum Beispiel nicht nur das Wort Gemüse nehmen, sondern ihr könnt ja auch einzeln Tomate, Paprika, Gurke eingeben. Man kann diese Liste, und das finde ich total klasse, jederzeit ändern. Ich kann was löschen, ich kann was verändern, ich kann was zufügen. Vor allen Dingen ist es so, die liegt auf dem Handy, sie ist nicht weg. Und ich gehe dann einfach mit dem Handy zum Kühlschrank, gucke, was fehlt oder schaue in die Schublade. Und wenn man diese Kreise anklickt, dann seht ihr jetzt auch im Video, dass das gelb wird. Das heißt, ich stehe vor dem Kühlschrank oder vor meiner Schublade oder je nachdem, wo ihr eure Lebensmittel aufbewahrt. Dann schaut ihr, was brauche ich. Ihr braucht das einfach nur anklicken. Und das Schöne ist, im Laden, ich habe es mir sogar so strukturiert, meine eigene Einkaufsliste, dass sie, so wie ich in den Laden reingehe, ich die Lebensmittel dann kaufen kann und anklicken kann. Und dadurch sozusagen die Liste direkt abarbeite. Ihr seht jetzt nochmal, ich habe hier nochmal ein paar Sachen, wie das Wrap zum Beispiel zugefügt. Das heißt, ihr habt jederzeit die Möglichkeit, diese zu verändern. Hier sieht man jetzt nochmal, dass zum Beispiel die erweitert werden kann für Hygieneartikel. Dann geht man wieder auf die zwei Kreise mit dem Strich unten, genau unten links. Und dann könnt ihr sozusagen hier eingeben, was dann Spülmittel, Waschmittel, was auch immer ihr alles braucht. Das Schöne ist, das Ganze ist ja nicht weg. Es liegt auf dem Handy und man kann es jedes Mal wieder neu nutzen. Wir können es erweitern, falls einem noch was einfällt. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man oben auf Fertig geht, dass man dort den Hintergrund, ich habe ja jetzt Transparenz wegen einen dunklen Hintergrund. Hier könnt ihr aber auch die Darstellung ändern auf einen hellen Hintergrund. Das heißt, dann sieht die Liste, die Einkaufsliste so aus. Das heißt, da habt ihr viele Möglichkeiten der Gestaltung. Wenn man oben auf Fertig geht, gibt es auch noch die Möglichkeit, Linien und Gitter einzustellen. Genau das könnt ihr jetzt hier sehen. Das heißt, ihr habt mehrere Möglichkeiten, dort eure Einkaufsliste so euch zu gestalten, wie ihr es braucht. Probiert es einfach aus. Ich finde es einfach super klasse. Ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Grüße, eure Sandra. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.